Hallo, ich bin der Oli, ich bin voll spät geoutet worden von mir selbst und ich muss ehrlich sagen, das einzige was wirklich zählt ist, seid ihr selbst und seit 5 Jahren, ich bin seit 5 Jahren geoutet, ich bin 36 und seitdem ist alles besser, wirklich alles besser. Vielen Dank.